Einen wunderschönen guten Morgen aus Lippstadt. Wie ihr sehen könnt stehe ich wieder mal hier am Wasser und beginne eine kleine Radtour bei schönsten Sonnenschein. Wir haben jetzt kurz nach zehn. Ich hatte Nachtschicht deswegen bin ich ein bisschen spät dran heute und wir haben schon 14 Grad und das ist wirklich toll. Wir haben heute den 19. oder 20. Februar. Bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Naja ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird dieses Video morgen erscheinen und ja es ist herrlich. Letzte Woche noch minus 21 Grad und einen halben Meter Schnee fast. Eine Woche später sowas hier. Aber der Schein mit dem Wasser trügt hier. Das sieht nicht viel aus, aber ich zeige es euch jetzt gleich auch mal anders. So sieht das Ganze ungefähr 100 Meter weiter aus. Ich zoome das mal ein bisschen. Da sieht man mit was für einer Kraft das hier schon runter kommt und das ist wirklich schon viel Wasser hier für die Ecke. Es gibt ja ein anderes Video, da sieht man das auch. Da ist die Höhe von diesem Wehr deutlich zu erkennen. Wir haben bestimmt einen Meter mehr, wenn nicht sogar noch mehr. Ist jetzt nicht Hochwasser, aber es ist schon viel Wasser. Aber schön anzusehen. Von der anderen Seite kann man es leider nicht so gut sehen, aber da ist ein Getöse und die Wohnhäuser direkt daneben haben sich wahrscheinlich dran gewöhnt. Aber mir persönlich wäre es schon zu laut jetzt. Bin da ja so ein bisschen Lärme empfindlich. Hier das Ganze jetzt nochmal von der Sonne aus gefilmt. Ich weiß nicht, ob das so gut wird, deswegen habe ich mich vor den Schatten gestellt. Hier auch nochmal schön zu erkennen, mit welcher Kraft das da runter kommt. Ja, ich denke, das wird ein sehr wasserlastiges Video. Also für wen das nichts ist, der sollte vielleicht zwischendurch sich mal einen Kaffee holen und einfach laufen lassen. Ich hätte euch gerne auch die Bilder vom Schnee gezeigt, den wir hier hatten, weil das ja für unsere Region hier nicht so üblich ist. Aber leider ist das Video nichts geworden. Da hat irgendwie die Datei einen Fehler und deswegen funktioniert das nicht. So was hat man hier alle 20 Jahre. Ich hätte es gerne festgehalten, aber ist, wie es ist. Und wieder einige Meter weiter ist das Wasser ganz ruhig. Schön hier mit der Altenbaumallee. Und hier geht es schön durch die Kastanienallee. Auch wieder entlang des Wassers. Immer hat wieder diese schönen alten Gebäude dabei. Jetzt befinde ich mich am Lippe Bug. Den zeige ich euch gleich auch. Das ist hier so eine kleine Insel, die ins Wasser reicht. Von hier aus hat man einen schönen Blick auch auf die Stadt. Und hier in Fließrichtung der Lippe. Und das hier ist dieser Lippe Bug, der mit diesen kleinen Bäumen, ich glaube Platanen sind es, im Sommer schön Schatten spendet und der Rest ist dann immer bunt bepflanzt. Wirklich schön anzusehen. So, hier ist die nächste schöne kleine Schleuse. Auf dem Weg zum Amtsgericht auf der Höhe des Finanzamts Lippstadt. Wenn ihr das auch mal sehen wollt, ja. Der Weg lohnt sich, wie ihr sehen könnt. Man kann hier auch so ein bisschen runter gehen. Jetzt muss ich aufpassen, wo ich hintrete. So. Nicht, dass man hier noch unter der Räder kommt. Auch die Brücke da oben mit dieser Zahnradkonstruktion finde ich sehr schön. Ansonsten hier die Fließgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Aber es geht schon flott voran. Und ich werde jetzt weiter in die Richtung. Direkt danach kommt die nächste Brücke mit so einem kleinen Überlauf. Man müsste mal zählen, wie viele Brücken es in Lippstadt gibt. Hier unten sitzen wieder welche von diesem Komoran im Wasser. Ich hoffe, man erkennt das so. Und hier aus dem Blickwinkel kann man mal schön erkennen, wie hoch das Wasser wirklich ist. Also es ist teilweise hier so kurz vor knapp, dass es schon überläuft. Beziehungsweise hier auf den Wiesen drückt sich das Grundwasser halt schon hoch. Und auch dort hat man wieder einen schönen Blick auf die Brücke dort im Hintergrund. Und vorne vor die Komorane. Herrlich. Ja, hier ist jetzt schön zu sehen, dass das Wasser der Lippe wirklich schon bis an den Rand geht. Entschuldigung, ich war noch komplett im Zoom. Das war natürlich nichts. Ist wirklich schön zu sehen auch, dass die Leute hier schon auf den Bänken in der Sonne sitzen. Wenn der ein oder andere trinkt sein Mittagsbierchen, sag ich mal. Auch wenn es nur ein paar Tage sind, die so schön sein sollen vorm Frühling jetzt. Aber die muss man doch einfach genießen. Aber auch hier muss man jetzt echt aufpassen, wo man hinfährt. Weil es doch teilweise sehr matschig ist wieder. Und hier kommen die ersten Kanuten dieses Jahr. Zumindest die ersten, die ich sehe. Herrlich. Geht euch doch wahrscheinlich gerade auch so, dass man das richtig genießt. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und so schön sonnig, wie es auf der Seite ist und mit dem Wasser, sieht man hier auf der Seite, wo letzte Woche noch Stützschuhlaufen angesagt war. Was immer noch gefroren ist. Nur drauf gehen kann man jetzt halt nicht mehr. Ja, ich denke ab hier den Weg werde ich wohl besser nicht mehr nutzen. Das sieht nicht mehr so wirklich Farbe aus. Nee. Sollte man es auch nicht drauf anlegen, glaube ich. Dort sieht man schon schön das satte Grün der Wiesen. Ja, das Wasser, wie es ein bisschen steht. Also das ist eigentlich nur Grünfläche. Aber das Wasser drückt halt jetzt auch von unten hoch. Das Schilf dort ist so schön gewachsen. Wenn man hier so übers Wasser guckt, sieht man noch teilweise das Eis und so kleine Schneehügel. Einfach den Rundumblick genießen. Ich weiß, es ist ein bisschen einseitiges Video. Aber irgendwie tut es ja gut. Selbst dieser Anblick hat doch was Schönes, oder? Die Bäume, die da im Wasser und im Eis stehen. Und dann die Sonne da drüber am Schein. So sieht Genuss aus. Die Leute sitzen alle in der Sonne, flanieren mit dem Eis in der Hand durch die Gegend und genießen. Und das werde ich jetzt gleich auch machen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und ihr bleibt mir treu. Macht's gut. Euer Markus.